Ein Börsencrash ist schlimmer als eine Scheidung. Du verlierst die Hälfte deines Geldes und deine Frau ist immer noch da. Neulich im Swingerclub kann mal jemand das Licht einschalten. Ich habe aus Versehen schon wieder die eigene Frau gefickt. Was ist der Unterschied zwischen einem Kühlschrank und einer Frau? Der Kühlschrank furzt nicht, wenn man die Wurst rausholt. Woran erkennt man einen polnischen Furz? Er raubt dir den Atem. Was macht eine Konditorin ohne Arme und Beine? Rumkugeln. Irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, an dem nur noch die inneren Werte zählen. Blutwerte, Leberwerte, Zuckerwerte. Was sucht eine Blondine hinterm Fernseher? Kabel 1. Wie nennt man abgetriebene Kinder noch? Entfernte Verwandte. Egal wie viele CDs du hast. Karl Benz hat Mercedes. Aber nighttime을 ver columnar itu hat sagen wir mal was deras. 25 22 23